Jo Leute, was geht ihr? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist heute leider Gottes Evive HD. Was geht ab, Leute? Schönen guten Tag. Ja, den wünsche ich dir an der Stelle nicht. Leute, wir schauen uns heute Fortnite-Trolls an, weil wir beide, glaube ich, in der Lage sind zu bewerten, ob tatsächlich ein Troll gut ist oder nicht, weil wir beide die perfekten und besten Menschen der Welt sind. Von wir beide rede ich von mir und meiner gespaltenen Persönlichkeit. Ne, also Lukas, es kann ja nicht sein, dass ich wieder nett zu dir bin. Ich bin nur nett zu dir, wenn wir ein Placement drehen. Let's go! Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ey, aber gab es kurz, wo du das gedreht hast? Ich habe so oft in den Kommentaren gedacht, boah, wie nett du heute zu Lukas warst. Ja, es ging um eine Menge Geld, Leute. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an, schauen uns hier Fortnite-Trolls an. Let's freaking go! Auf geht's! Alles klar? Yeah, let's go! Dark hier an der Stelle? Ah ja, Pro Gamer. Oh Junge, das spielt auf jeden Fall. Ja, Trimax gerade hier, ganz knapp verloren an der Stelle, schade drum. Warum kriege ich nicht so Gegner? Guck mal, hattest du das mal in irgendeiner Runde? Nein, noch nie. Noch nie, Junge! Oh Junge, komm, wirf die Boogie Net auf dich selber. Es war so klar, Alter, es war so klar. Och Mann, der arme Typ, Alter. Junge, und was macht der jetzt? Immer dieser Zombie-Sound von Call of Duty. Och nicht schon wieder. Och Bruder. Och Mann, Alter. Junge, es ist so belastend für diese Spieler. Oh, er legt ihm eine Waffe hin. Meinst du, er macht damit irgendwas? Nee. Och Junge, Alter. Oh, er hat keine Muni mehr. Ehrenmann. Das Ding ist, dieser Low Skin will ihn aber auch unbedingt töten. Hä, mach doch was! Mein Gott, bring ihn endlich um. Ja, ich wollte gerade sagen, mach doch endlich. Bring ihn doch endlich um, Alter. Ja, okay, nice Butt. Äh, ja. Ah, Junge, 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 der arme Typ, Alter. Oh mein Gott, guck mal hier. Da auf jeden Fall gerade Erweifer D am Playstation spielen mit seinen Freunden. Junge, halt's mal! Guck mal! Was ist das? Guck mal, Digga, das ist dein Vater mit seinem Boyfriend, Alter. Schau mal. Ey, der arme Typ. Och Mann, Alter. Er belebt den jetzt wieder, oder? Ach, nein, Alter. Junge, der hat doch ne Waffe. Guck mal, ey. Och. Ach, Junge. Ach, Junge. Vor allem, wenn er jetzt gleich wieder steht, dann wird er doch eh wieder weggemacht. Oh. Nee, ich schaff's ja noch. Ich hoffe, so langsam wird der aggressiv. Ach, Mann, Alter. Ach, Mann, ey, das ist so unangenehm. Dieser arme Typ. Oh Gott, tiff you, Alter. Let's go. Ja, lol. Oh nein. Oh nein, Alter. Er will auf jeden Fall in sein, in sein One-by-One rein. Jetzt gleich, ich seh schon, One-Pump. LOL! Nee, jetzt. Wahrscheinlich gibt's einen Trap. Wie ist denn so jemand Endgame gekommen? Digga, der hat nen Aim, ne? Ja, ist insane, ist insane. Tiff you ist ein komplettes Tier, Alter. Oh, no. Er hat sich umgebracht. Digga. Och, Mann, Alter. Egal, es ist immer noch alles besser als Trimax, Jungs. Es ist immer noch besser als Trimax. Zehn Spieler, die schlecht sind, aber doch immer noch besser als Trimax. Alles klar. Ich glaub, er hat das Schwert an der Stelle hier gerade. Versteht aber, glaub ich, ganz die Mechanik nicht. Also nicht so ganz die Mechanik dahinter. Das gibt's erstmal einen schönen Pump. Och, Junge, ist das, ist das, ist das, ist das traurig. Hä? Er hat halt nur das Schwert, ne? Keine Waffe. Ja, mach doch mal irgendwas, Junge, was denn das? Soviel zum Schwert, was so OP ist. Alter. Oh mein Gott, Junge, guck mal. Es ist ja so schlecht. Ist das beschickt, Alter. Es ist ja so schlecht. Ist das ein armer Typ, Junge. Man hört immer, wie er mit dem Schwert versucht, ihn zu töten. Junge, bitte töte den jetzt einfach. Bring ihn jetzt endlich um, weil er hat sich verdient zu leben in diesem Game. Mein Gott, Junge. Junge, wie der das aber auch immer mitmacht. Digga, ich würde mich schon... Ich hätte mich komplett umgebracht. Oh, all tilted. Digga. Digga. Sockerskin! Und? Lol. He's jumping out! Get out! Vier No-Skins in diesem Sockerskin hinterherlaufen. Let's go! Was für Winter, Alter. Oh mein Gott. Boah, das ist geil. Boah, das wirst du ja auch mal probieren. Drei Schneemänner gibt's nicht mehr. Brother! Oh mein Gott, Alter. Äh, Lull! Das geht? Lull, Alter. Okay, hier wird auf jeden Fall auf jemandem getanzt. Da unten ist... Links ist dieser Skin. Ja, no Skin. Der versucht gerade zu bauen. Achtung. Und die Dance-Rendet erstmal rein. Und ein bisschen dann. Und ein bisschen dann. Och Mann, ey. Das tut mir immer so weh. Ich würde auch mal gerne mit so einem Spieler sowas machen. Auf den US-Hörbern gibt's nur Schwitzer, Digga. Ab geht's. Ich war gar... Ohne Sch***, ne? Also, ehrlich. Sind die Leute in NA einfach dümmer? Ich weiß es nicht. Och Mann, Alter. Digga, der hat aber auch einen Aim. Ja, der hat Todes-Aim. Oh, weiter geht's. Oh, er will die Fick-Echsen. Let me know how it is. Oh, Tiffy, Bro. Guck mal, das ist so unfair gegenüber solchen Leuten. Wobei der... Come on, give it to me. Give it to me harder. Yes! Just like that. Als... Give it to me harder, Baby. Ach, Junge, ist das traurig, Alter. Digga. Oh, Bro. Sobald... Sobald er steht, sobald er steht, sobald er steht, wird er wieder... Sterben. Also... Immer dieses... Der kommt so raus, guckt so. Der denkt so, hä? Was soll das? Und geht wieder hin und belebt ihn wieder. Und tschüss, Marshmallow. Wie kann man denn so einen Fick geben? Es juckt ihn einfach nicht. Hä? Guck mal, dieser Marshmallow hat auch keinen Bock mehr. Er hat doch gerade eine Waffe geholt. Digga. Er rafft es nicht, ne? Marshmallow hat aber auch keinen Bock mehr. Ich glaube, Marshmallow wäre lieber tot, Alter. Marshmallow kriegt doch die ganze Zeit weg. Er will nicht. Oh, Mann! Hört doch auf! Wie so ein Zombie. Ah, jetzt? Nutzt er seine Waffe? Ne, doch nicht. Okay. Marshmallow ist disconnected. Oh, Mann, Alter. Wie belastend ist das bitte? Okay. Hier haben wir irgendeinen Dude. John Wigskin. Hier hinter einem Stein. Da vorne sind zwei Leute an einem Quad. Let's go. Ja, das waren die von ihm. Warte. Ah, das hat dann ein Replay aufgenommen. Ja. Aber shit, die haben jetzt gemerkt. Okay, jetzt fangen sie an zu bauen. Ich glaube, die sehen den noch gar nicht, ne? I don't know from where the bullets are coming. Okay, also er weiß es nicht. Er hat keinen Plan. Aber man sieht doch nichts, ne? An der Stelle jetzt erstmal. Vor allen Dingen hat er hat rotes Ritterschild. Sie sind erstmal gegen die ganzen Büsche, weil sie denken, der ist da drin. Ah shit, was passiert jetzt? Alter. Naja, die kommen sich übel verarscht vor. Und ich wette, genau wenn die jetzt wieder gehen wollen, schießt der wieder. Ja, 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 ja. Safe, safe, safe. Der war da doch gerade rechts, oder? Ne, hab mir nicht gesehen. Der war doch gerade hinter dem Baum. Doch, 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 doch. Was noch? Alter, als auch. Die denken nicht, Digga, wo sind die denn? Junge, das ist wirklich ne John Wick Challenge, Alter. Guck mal, wie sie auch direkt so, aber so richtig sch*** und langsam am Bauen sind, Junge. Die bauen, glaube ich, jetzt einfach alles ab, Digga. Juckt die nicht mehr. Digga, was für Paranoia sie sind schieben. Ja. Digga, er spielt aber auch PUBG auf einem anderen Level hier, ne? Ja, gönnt ihr schön rein hier in das Rank. Let's go. So. Weiter geht's. Die wollen die suchen. Ey, das kann doch nicht sein, Alter. Was für eine Clowns-Fieste. Oh, Jim. Guck. Junge, Junge, Alter. Digga. Dieser schöne Hinsen. Hä? Digga, heftig nice. Was macht er? Hä? Warum tut er das? Wie gut. Sie sind ja komplett verwirrt, Alter. Ich glaube, sie denken, dass sie gecheatet werden. Und Schuss. Digga, die raffen nichts. Gar nichts. Er hängt immer noch hinter denselben Stein da vorne links, ne? Ja, ja, ja. Alter Schwede. Ey, das ist doch unreal. Guck mal, der baut schon nicht mehr. Der hat schon keinen Bock mehr, Digga. Doch, jetzt wieder. Alter. Hätte ich da keinen Bock mehr drauf. Ah, hier nochmal ein 10-minütiges Intro auf WIFE HD Level, damit das auf jeden Fall auf 10 Minuten kommt, das Video, Leute. Ah, ja. Damit das auf jeden Fall auf 10 Minuten kommt, das Video. Das war's von den besten und lustigsten Fortnite-Trolls. Ich fand sie sehr lustig und es waren die besten. Ähm, falls das Video heißen sollte, 100 schlechte Spieler, die trotzdem besser sind als Trimax, dann tut es mir leid an der Stelle. Ich bin damit raus, meine Freunde. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis denne und bis jetzt auf der Gamescom. Tschau.